Hallo Ulrich! Hallo Karl! Ja Ulrich, was gibt's Neues? Ja, schau doch raus, das Wetter ist wieder uns miserabel. Ja, und deswegen habe ich mir eine Brille aufgesetzt. Oh, ich stehe dir gut, Karl! Ich habe eine Idee. Ulrich, wir können noch eine Ratingagentur gründen und die nennen wir Ulrich und Karl. Bin ich sofort dabei. Und dann versöhnen wir uns wieder mit den Griechen und stufen die Griechen auf drei hoch. Anstatt zwei, drei. Okay, Karl, so schnell geht das. Hahaha!